Jedes Jahr sterben allein im Alpenraum rund 100 Menschen in Lawinen. Eine erschreckend hohe Zahl. Der Deutsche Alpenverein hat nun erstmals eine DVD zum Thema lawinenverschütteten Suche zusammengestellt, die auf der neuesten Lehrmeinung der DAV-Sicherheitsforschung basiert. Ob Variantenfahrer, Freerider, Snowboarder, Telemarker oder Schneeschuhgeher, für alle, die sich in den winterlichen Bergen bewegen, ist ein fundiertes Wissen über die lawinenverschütteten Suche unerlässlich. Die DVD überzeugt durch die Mischung aus realer Kurssituation und anschaulichen Animationen und Grafiken. Auch komplexe Sachverhalte werden auf didaktisch klare und leicht verständliche Art und Weise vermittelt. In prägnanten Bildern und durch die Ausführungen von Lawinenexperte und Bergführer Jan Mersch erfahren Sie alles Wissenswerte von A bis Z, von der Grobsuche bis zur richtigen Einweisung des Rettungshubschraubers. Viel Spaß und einen unfallfreien Winter in den Bergen wünscht Ihnen Ihre DAV-Sicherheitsforschung. Wissenswerte Wissenswerte